Boah, Tank, Alter. Hast du aber viel gemacht. Bei mir ist das jetzt erst gekommen. Achso. Ja, denn, das ist komisch. Immer wenn ich, weil ich ja immer katte, dann lädt er voll schnell. Okay. Ach, Benzinkanister. Warum habt ihr Benzinkanister und ich keinen? Oder hab ich auch einen? Du darfst auch einen, ja. Waffe. Waffe. Schotty, auf jeden Fall. Nimm mal da oben noch so einen. Nein, na verdammt. Ach, du hast einen Medi-Pack genommen. Ja. Ich hab nämlich keins. Doch, ich hab auch eins genommen. Ich nehm aber nicht das Medi-Pack, ich nehm Death mit. Na dann, heilig. Was haben wir hier noch? Oh. Ja. Wie ist besser? Was haben wir hier? So. Pillen noch. Warte mal. Hier, nimm mal einen Molotow mit oder so noch. Ich, ja. Ich hab doch noch Platz. Nimm das hier. Alter, warum nicht mich anschießen, weil ich hab gerade erst geheilt. So, durchwaschen oder wat? Ja. Wir sind jetzt zurück zum Boot. Ach. Warum sind hier wieder Zombies? Ja, weil das ist okay, ja. Hätten wir nicht einfach die Container nehmen können und wieder zurücklaufen können? Äh, ganz wichtig. Ja, ja. Och, nö. Deswegen sollten wir uns das doch merken. So, jetzt gehst du mal voran. Nicht immer ich. Einfach mitkommen. Ja, ja. Du brauchst ihn nicht umdrehen. Ach. Boah. Lauf. Ja. Ich renne hier. Du brauchst ihn. Geh. Da bist du. Ja, ja. Ich bin bei dir. Die anderen beiden kümmern sich um sich selber. Das schaffen die irgendwie. Boah, alter. Ja, ne? Krass. Das ist ja extrem jetzt. Ja, Sturmflut. Ja, ja. Sturmflut, genau. Rein da, rein da, rein da. Ich dachte, da oben wäre was. Ne, ne. Kommt, Ladies. Kommt, Ladies. Wir haben da oben. Aber, wir sind weg. Hast nachgeladen? Oh, oh. Halt dich bereit. Ich geh schon mal in die Hocke. Ich weiß nicht, wo Rochelle und Nick hinschießen. Meine beiden. Ja. So. Wie kommt man schnell eine Treppe runter? Einfach quer die und... Was? Oh, oh. Licht aus, Licht aus. Siehst du das? Warum nimmt die mich mit? Oh, le Huche, die... Hört einfach bitte schießen. Geil, wir haben es sogar mal geschafft, die zu töten, ohne dass du gleich drauf gehst. Weißt du, wie schnell ich auf die Schotten abnehme? Oh, scheiße. Das war klar. Jetzt kommen die wieder alle zu mir. Ich sehe nichts. Ja. Dann macht Licht an. Nein, ich hatte Boomer-Kotze. Ach komm. Nein, hier hoch, hier hoch, hier hoch. Am besten, glaube ich. Siehst du? Ja. Hey, was macht Rochelle da hinten? Also nicht. Die ist... Ach. Hä? Egal, lass weitergehen. Die wird schon kommen. Tank. Wo? Weiß ich nicht. Einfach laufen. Char-Cha meinst du? Ja, oder Char-Cha. Ja, ist immer so unterschiedlich vom Geräusch her. Da kommst du nicht lang. Ich wollte gucken, ob die Tür war. Da habe ich gerade zurückgeguckt, ob Rochelle jetzt irgendwie mal fertig war. Spreng hier runter. Jetzt kommt ein Tank. Warum boxst du immer mich? Tot auf sich. Ich habe nur noch elf. Um eben die Tabletten... Halt mal! Genau. Das geht wieder. Voll. Fuck. Ich werde noch mal, ey. Komm. Ich gehe schon. Wow, du bist ja fast tot. Soll ich dich heilen? Nein, let's go. Äh, da lang, ne? Ne, da. Nein. Wir sind hier doch. Guck da. Splitter. Der zeigt uns den Weg. Danke. Tata. Boomer. Boomer. War es er. Smoker. Das war ich. Boah, ey. Waffen. Weiß. Boah, ich... Obwohl doch. 66 Ladung nur noch. Ja. Hast recht. Komme ich nicht mit aus. Nimm die andere. Oh, Nick halt mich. Guck mal. Sache geklärt mit deinem. Midi-Pack. Nice. Danke, Nick. Dann komm. Geil. Gefällt mir. Fett. Aber dennoch siehst du mit Lampen nix. Ja. Wow, hilf mir. Hilf mir. Mach ich. Ja, jetzt bin ich hier unten wieder gelandet. Toll. Ja, ich warte hier oben. Ja, brauchst du nicht. Okay. Weil ich gehe oben lang, ne? Das wisst ihr. Ja. Beziehungsweise ich muss glaube ich auch zu euch hin. Da ist der Schiff. Da hat die Fabrik gleich hinter uns. Oh, man. Oh, bei euch ein Char-Cha. Bei euch ein Char-Cha. Ich bin bei dir. Wo ist der? Hä? Da war doch Kiwabrik an Char-Cha. Da an der Stelle. Ja, nee, jetzt nicht mehr. Oh, mein Headset ist kaputt. Nix Neues. Oh, ich hab die Schnauze voll gerade. Lad deine Waffen lieber nach, bevor du draufballst. Wow. Die ist doch. Ich wusste es doch. Ich hab keinen Bock mehr hier. Ciao. Meine Fresse, ey. Das ist doch was, ne? Oh. Das ist nicht, das ist echt nicht. Oh, komm mal hier. Zelfwurm? Ja. Das ist jetzt Zelfwurm wieder. Ja. Oh, kommt rein, ihr Vögel. Bewegt euch. Tschüss. Oh. Das geht doch. Wir haben es geschafft. Meine Güte. Das kann ja echt nicht sein. Das kann ja echt nicht sein.